So, bevor wir die kleine Basis da angreifen, allerdings erstmal den Aussortieren. Und zwar können die weg, 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 weg. So viel Kupfer brauche ich nicht dabei, Erze schon mal gar nicht, Fewblocks auch nicht, Tanks und Holzkisten können auch weg. So, dann brauche ich Gatling-Munition, Flammenwaffe-Munition, Türme. Türme? Zwei Türme. Bauen nochmal drei Türme. Dann kannst du hier das wegmüffeln, was auf der Fließbahn rumliegt. Das da ausholen. Da ist nix. Ah, hier ist Flammenwaffe-Munition. So, äh, ist ein bisschen wenig. Also sollte reichen für die Basis. Das können wir mal mitnehmen. Viel zu viel Stein, so. Das können für die Basis reichen, aber ich habe lieber einen kleinen Puffer. Stein, so. Ich gebe mal einen kleinen Puffer. Und hier unten müsste auch noch Gatling-Munition sein von einem anderen Angriff. Richtig. Ich gebe mal so ein paar Tanks davon. Dafür kriegst du Kohle. Und dann die Munition. Okay. Und es ist gar keine Barbe, sondern ein Radarglitch. Oh. Sondern ein Radarglitch, wollte ich sagen, bevor ich so rüde von diesem Sörgling unterminiert wurde. In meiner Rede. Das heißt, ich brauche hier einfach nur Lendflamm, um das aufzufüllen. Das ist gut. Allerdings brauche ich vorher eh ein Artefakte, um die Powerarmor zu bauen, damit ich nach und auch die größeren Basen knacken kann. Das heißt, ich flitze jetzt einfach mal zur nächsten Stelle. Da oben. Wobei das auch wieder ein Artefakt sein wird. Also nur ein Fehler in der Matrix quasi. In der Scan-Matrix. Aber das da und das da sollten Gebäude sein. Nicht unbedingt komplette Basen. Aber vielleicht irgendwelche Sachen, die ich habe mal stehen lassen. Warum auch immer ich Sachen stehen lasse. So, und hier ist für später noch mehr Stein vorgemerkt. Du bist... Genau, du bist keine Basis. Du bist ein Stein. War hier nicht was? Ah, eine Mine war hier. Genau. Gegenrestrukturen können nicht gemeint werden. Da ist ein Pool. Ja, habe ich wohl vergessen. Nehme ich jetzt gerne mit. Macht keinen Schaden. Macht aber eh ein Artefakte. Das da hinten. Kannst du von hier aus jetzt nicht sehen. Aber ich glaube, das war eine Basis. Das wird ein Stein. Ja, Basis mit Königinnen und Almen. Also, Bau auf... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Winkel gegen deine Basis. So. Komm mit, komm mit, komm mit. Jetzt kriegst du plötzlich ganz großen Hunger auf Türme. Lässt mich in Ruhe. Jo. Und ja, sie läuft in den Mauern rum. Aber es hat ein bisschen Zeit gekauft. Und die Queen sollte jetzt tot sein, bevor der erste Turm fällt. Und ich kann hier aufhalten. Damit haben wir dann die 10 Eder-Trakte, die wir brauchen für die Powerarmor. Ich glaube, es fehlt da nur noch Stahl, ja. Den Rest hat die Steigen gesackt. Schön, 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 schön. Natürlich bräuchte ich noch die Ausrüstung für die Powerarmor. Was wieder recht viele Batterien brauchen wird, die ich gerade nicht dabei habe. Und auch ein paar Solarpanels und andere Kleinkram. Aber dann haben wir schon mal einen recht guten Vorteil. Wir machen dann immer noch nicht mehr Schaden, was schade ist. Aber wir halten schon mehr aus. Was ja im Grunde dann auch reicht. Also wenn wir nur einen Schadenspunkt machen würden, solange die Rüstung hält, ist dann irgendwann nicht mehr tot. Auch wenn es irre nervig ist und lange dauert. So, 10 Stück. Ab nach Hause, würde ich sagen. Weil das Ding da greife ich nicht an ohne Powerarmor. Und das da auf gar, gar, gar keinen Fall. Weil das da unten rechts ist schlimmer als alles andere auf der Karte. Wenn ich das richtig sehe. So, weg, 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 weg. Kann irgendwas Sinnvolles währenddessen noch bauen? Bau mal drei gelbe Kisten. Ärmchen baue ich nicht wirklich. Bau mal rote Bails. Weil ich würde ganz gerne noch was umbauen. Ja, ich weiß. Dem einen oder anderen graut es davor, dass ich jetzt so viele Sachen umbaue. Weil es halt nicht unbedingt notwendig ist. Aber ich finde es halt doch schon notwendig. Nicht nur vom Ästhetischen. Weil ästhetisch ist halt nicht wirklich wichtig. Da habt ihr recht. Aber es hilft mir auch, dass es übersichtlicher ist. Und wenn es für mich übersichtlicher ist, mache ich weniger Fehler. Und weniger Fehler machen ist ja doch ganz praktisch. Was ich nämlich umbauen wollen würde, wäre unten die Kupferanlage. Aber erst mal Stahl holen, Powerrüstung aufbauen, Powerrüstung ausrüsten. Gucke ich mir an, was ich jetzt wann wo zuerst baue von den ganzen Umbauaktionen. Weil ich brauche ja noch hier die blauen Chips. Ich brauche hier noch den Lubricant für die Engines und und und. Das da muss leer gemacht werden. Das muss sowas von leer gemacht werden. Und das hier würde ich gerne umbauen. Zum einen, weil da gerade ein leerer Grinder war. Zum anderen, weil ein paar von den Grindern gar nicht arbeiten. Weil halt die hier das auslasten. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil hier keine Mangelerscheinung ist. Aber wir trosten für später. So, Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Ist hier. Nimm Stahl mit. So. Davon hätte ich. Bau, rot, da. So. Bau, Powerarmor. Bau, Portable, Solarpanel, Bau, Schild. Schnapp die Batterien. Hier sind welche. So. Wofür genau habe ich eigentlich hier Batterien anliefern lassen damals? Die Dinger brauchen wir keine Batterien. Nur für das Akkuding? Das Akkuding soll ich dann oben neu aufbauen. Noch was, was gesprüft werden muss später. Jetzt aber erstmal zwei, drei Batterien. Und noch mehr Solarpanels. Gib mir mal einen ganzen Stack davon. Gut. Powerrüstung dahin. Dich einfach irgendwo reinschmeißen. Oh, ist das putzig. Okay, du da. Du da. Und das wird jetzt ewig dauern, richtig? Aber es kann ja auch ruhig ewig dauern, weil ich gehe nur alle, keine Ahnung, drei Folgen oder so mal los, irgendwas töten. Und solange zu dem Zeitpunkt die Schilde einmal voll sind, reicht mir das ja schon zum Überleben. Alles andere ist nur Bonus. Brich das mal ab. Ich habe gerade die ganzen Solarpanels eingesammelt. Das musst du doch gar nicht selber machen. So, was fehlt jetzt wieder? Stahl fehlt. Chips sollte ich auch mal wieder einsacken. Da oben. 200 rote und bei weitem nicht so viele grüne. Weil er will keine grünen haben, weil er grüne im System sieht, richtig? Richtig. Dann mach doch mal dieses hier einfach weg. Und sortiere einfach alle grüne ein. Weil das ganze Ding ist eh schon überholt. Das weiß es nur noch nicht. Beziehungsweise sind auch nicht genug Roboter da. So, was wollte ich jetzt? Mehr Schilder oder mehr Batterien? Ich glaube mehr Schilder. So, du. Führt sich trotzdem nicht auf. Ich brauche viel, viel mehr Solarbalance, kann das sein? Okay, anders. So, so. So. Das macht voll keinen Sinn. Das wird jetzt, keine Ahnung, gefühlte fünf Folgen dauern, bis das Ding voll ist. Krass. Aber gut. So. Stopp. Konzentrier dich, Geogon. Was steht alles auf der Liste? Es stand auf der Liste, die Ölsache weiter auszubauen, weil Lubricant fehlen, rote Engines fehlen und Batterie-Generation. Oben links, glaube ich. Bei dem neuen Öl. Das ist eher mittig links, das da. Die Batterien hatte schon eine Geogon in der Vergangenheit gemacht, das ist gut. Aber blaue Chips fehlen. Das heißt, mach hier bitte mal Licht. 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 Hier auch Licht. So. Ja. Also blaue Chips wären das nächste Problem. Die wurden allerdings in der Fabrik hergestellt. Und zwar mit Hilfe von Schiefelsalber. Das wäre dann nicht ganz so toll. Gucken wir mal. Ja, doch Schiefelsalber. Das heißt, ich könnte das so. Ups. Ich könnte das so machen. Und den hier einfach Schiefelsalber langlaufen lassen. Irgendwie. Ja. Das ist viel zu eng gebaut worden hier. Von irgendjemandem. Ich weiß auch nicht. Was? Okay. Baobots, ihr habt mal was zu tun. Nimm mal ein Blumen, bitte. Mach. Was? Mach ein Blueprint bitte hiervon. Da. Das behältst du jetzt erstmal. Dann wird das einmal komplett abgerissen. Und zwar nicht von mir, sondern von Robotern. Damit es in diese gelbe Kiste eingelagert werden kann. Und dann verschieben wir das Ganze einfach bis nach hier hinten. Richtig. Dann könnt ihr die da auch weg. Die Kisten vorher leer machen. Die nicht beschränkten Kisten sehe ich übrigens gerade. Damit wäre das Batterieproblem auch behoben. Das sind echt vollkommen viel zu wenige von denen. Sollte ich auch noch machen. Bei den ganzen Steindrills, die wir über die Basis verteilt haben. Was bestimmt fünf oder sechs sind. Die Kisten davor immer zu roten Kisten machen. Damit ich mir hier eine Übersicht machen kann, wie viele Steine ich habe. Weil ich brauche ja noch Steine für die Mauern und für das Auffüllen. Sogar ziemlich viel Stein. Was sollte eigentlich hin haben. So du. Du, du, du. Du solltest hier hin. Irgendwie. So, ne? Ich glaube so. Das heißt, dass da neu aufsetzen, was ihr gerade abgerissen habt. Dann habe ich dazwischen nämlich frei für... So was. Eine kleine Abzwackung nach oben. Damit ich mir dann da... ...die Blautsche Fabrik aufbauen kann. Das heißt, ich mache direkt hier so nach unten Ding. Damit ich da durchlaufen kann. So. Und dann setze ich mir einfach hier... ...zwei Fabriken hin. Das sollte erstmal reichen. Natürlich genau ein Weg. Ja. Okay. Ich setze mich hier zwei Fabriken hin. Damit sie nicht genau im Weg sind. Ja. Die machen dann blaue Chips. Dreh, dreh, dreh. Schiff rechts, links. Dreh, dreh. Du kannst weg. Du kannst weg. Irgendwie schaffen die Roboter das nicht. Gepacken. Das hier zu machen. Ihr seid alle im Einflussbereich. Was wollt ihr von mir? Ihr wollt mehr Brüder und Schwestern haben. Das ist okay. Ja. Krieg dir. Keine Sorge. Blau, blau. Rot, rot. So. Du brauchst noch grüne und rote Chips. Ein. Raus. Begrenzen auf einen verdammten Stack. Du. Achso. Schiff rechts, schiff links. Ähm. Verdoppeln. Was drin steht. Schiff rechts, schiff links. Gut. Blaue Chips sollten jetzt auch hier oben automatisch hergestellt werden. Batterien irgendwann auch. Wobei, was fehlt euch? Blaue. Die können doch gar nicht fehlen. Ich hab die doch gerade hier. Du. Blaue Kisten da rein. Rote Kisten kriegst du auch nicht. Der ist ja was selber her. Da. Fünf da, fünf, fünf da. Ich brauche wieder Fabriken, die Kisten bauen. Führt nichts drumherum. Die Anbindung sollte okay sein, sonst brauchen wir nichts. Gut. Jetzt brauche ich Lubrikant. Was problematisch ist, denn ich habe das hier schon so umgemodelt, dass alle Schweröl ver... leicht ölt wird. Ich setze also Lubrikant mal hier oben hin und mach das hier weg. So. Dich dann auch. Weg. Ja, das... Das sollte eigentlich gar nicht hier sein, aber hier kommt später eine Mauer hin. So ein Backup-Ding. Das heißt, hier muss auch umgebaut werden, und zwar so nach da. Nach da. Dann hier. Und dann funde ich hier aus. Was ist das? Nein! Das ist das lila Ding. Was? Ich will gucken, was es tut. Wow! Okay. Was war das? Das hat nichts zerstört. Das ist schon mal gut, aber... Es sind rosa-lila Dinge durch die Gegend geflogen, und sie haben sehr viel Flächenschaden angerichtet. Es wurde aber nicht zerstört. Aber halb. Also es macht noch nicht so viel Schaden. Noch. Aber eventuell ist jetzt hier oben irgendwo... Ja, das ist auch schon ziemlich groß geworden hier. Fast zu groß wie das da. Ich werde alle viel zu groß. Ja. Power-Armor weiter ausbauen und so. Ich muss bald töten. Vielen Dank. Ja. bit Wireedley. allります literally, wir werden mehr Unless... Wirklich? Vielen Dank.